In dieser Woche werden wir die große Debatte zum Thema Organspende haben. Dort gibt es keine Fraktionsmeinung, es gibt fraktionsübergreifende Gruppenanträge. Wir hatten bisher eine sehr, sehr qualitativ hochwertige, respektvolle und achtsame Diskussion und Kommunikation über dieses Thema. Und es ist einfach schön für den Parlamentarismus, egal wie das jetzt am Donnerstag ausgehen wird, dass wir in der Lage sind, solche Diskussionen hier in den Deutschen Bundestag auf diese Art und Weise zu führen. Das ist gut und richtig. Wir werden noch in der zweiten und dritten Lesung einen Gesetzentwurf zum Thema Cyber-Grooming haben. Das ist ein weiterer Bestandteil unserer Rechtsstaatsoffensive. Da sind wir sehr froh drum, dass wir in diesem Bereich auch weitere gesetzliche Maßnahmen auf den Weg bringen werden. Und was uns natürlich seit Anfang des Jahres insbesondere beschäftigt, ist die Außen- und insbesondere die sicherheitspolitische Lage. Dort werden wir heute in der Fraktion intensiv drüber sprechen. Ja, ansonsten hat der Bundesfinanzminister die Haushaltsüberschüsse für das Haushaltsjahr 2019 verkündet. Das ist erstmal erfreulich. Das zeigt aber auch, dass es sehr, sehr abwegig ist, in einer solchen Situation über Neuverschuldung oder neue Steuern zu reden. Das heißt also, das Geld ist da. Das muss entsprechend ausgegeben werden. Wir haben auch einen Bedarf. Das heißt, es ist kein Grund zur Euphorie. Das heißt, wir müssen mehr Geld, deswegen steht Joe Wadephul auch neben mir, für den Bereich Bundeswehr ausgeben. Wir haben durchaus noch die ambitionierte Aufgabe, Europa entsprechend mit Finanzmitteln auszustatten. Und es geht natürlich um Investitionen. Und da ist es uns wichtig, und da werden wir auch mit unserem Koalitionspartner noch intensiv drüber reden, dass wir weitere Entfesselungsgesetze machen. Es geht darum, dass Investitionen leichter auf die Straße gebracht werden können und dass wir mehr und schneller investieren können. Und insofern ist dieser Haushaltsüberschuss ein guter Etappenschritt. Aber wie gesagt, es ist weder eine Aufforderung dazu, noch mehr Schulden zu machen oder neue Steuern auf den Weg zu bringen, noch in irgendeiner Art und Weise eine Aufforderung dazu, neue Verteilungsprogramme aufzulegen. Und das ist uns als Union auch sehr, sehr wichtig. Wir haben viel und gute Dinge im sozialen Bereich gemacht. Jetzt liegt die Priorität auf Zukunft. Und das bedeutet Technologie und Investitionen. Eine unschöne Sache, die uns während unserer Weihnachtspause beschäftigt hat, wo wir auch alle das live mitgekriegt haben, ist die Sache mit der Bonpflicht. Wir haben damals, als wir 2016 das Gesetz auf den Weg gebracht haben, dem Bundesfinanzministerium, dem Länderfinanzminister eine Öffnungsmöglichkeit gegeben, wo wir explizit gesagt haben, und da, wo es unangemessen ist, da, wo es mit großem Aufwand verbunden ist, da muss es nicht gemacht werden. Diese Öffnungsmöglichkeit ist von der Verwaltung, von der Steuerverwaltung bisher nicht so gelebt worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden als Unionsfraktion dafür kämpfen, dass man das mit Augenmaß macht und dass man jetzt nicht, wenn man irgendwo für 70 Cent ein oder zwei Brötchen kauft, dann unbedingt den Bon ausgehändigt bekommt. Ich denke mal, bei allem Respekt vor der Aufgabe, gegen Geldwäsche, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Ich glaube, da muss Maß und Mitte walten. Und die haben wir noch nicht gefunden. Da müssen wir noch nacharbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017